Sache 2 So, willkommen beim Halloween-Special Heute spielen wir Team Fortress 2 Nehme ich die Halloween-Map 2014 Erstmal muss ich mich ... korrekt einkleiden hier Ehm ... dann nehmen wir hier noch die Halloween-Maske So und hier nehmen wir mal Was ist das? Achso geht nicht Ja, so sieht es ganz gut aus, finde ich, oder? Gut, dann starten wir. Gut, ich habe die Halloween-Map 2014 noch nicht gespielt, daher wird das jetzt eine Überraschung für mich werden, wie es so laufen wird. Ich kenne die Map nicht. Oder kenne ich die Map? Die muss mir jetzt... Ne, ich kenne die Map nicht. Also, von daher bin ich jetzt wahrscheinlich ein totaler Noob jetzt, was das angeht. Halloween-Geschenk ist da jemand gefunden, okay. Hey du, renn nicht von mir weg. Ach, das ist... Ah, jetzt, okay. Das ist, äh, ihr wisst schon, ne? Ah, jetzt kenne ich die Map auch wieder. Okay, wir müssen hier dieses Ding da so lange genug halten. Oh Gott, was habe ich denn jetzt? Ah, scheißendurch. Was muss ich damit jetzt machen? Muss ich da hoch? Ja, ja. Genau, äh, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ich darf mich jetzt nicht töten lassen, sonst, äh, war es das. Nyeh. Ich muss die, äh, Ladung jetzt noch so lange halten, bis sie abgeschickt wurde. Und es sieht ganz gut aus bis jetzt. Wenn ich sterbe, dann... Hat in... Wat? Wat? Hat in Merasmus Falle getappt. Häh? Oh Gott. Was passiert jetzt? Was zum... Hä? Äh, es... Was ist das jetzt für ein Autoscooter? Okay. Okay. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja auch das Gute. Okay. Wenn wir jetzt einen rammen, dann kriegt er Damage. Hey. Ramt doch nicht mich. Verdammt. Nein. Und was geht jetzt ab? Was zum... Alter Schwede. Ach, ist ja lustig, okay? Bin ich jetzt so ein Geist, oder wie? Uh, ich bin eine rastlose Seele eines Geistes. Was muss ich machen? Ach, kann ich die jetzt ein bisschen trollen? Schauen wir uns das mal an. Ach, ich lebe wieder, okay. Ah, verstehe. Ich muss die jetzt also runterschubsen. Ich darf selber nicht runterfallen, sonst war es das wieder für mich, ne? Dann bin ich wieder ein Geist und so weiter. Verdammt. Ich bin runtergefallen. Okay, das ist witzig. Das hat echt Style. 4 zu 1. Oh, nice. Team Blau gewinnt. Okay. Anscheinend gibt es auch Achievements. Da hat jemand gerade so ein Achievement bekommen, glaube ich zumindest, dass es ein spezielles ist. Alles das Gequatsche im Hintergrund nervt. Er redet wahrscheinlich über Promise, sonst ist es ein halber Fettsack. Nein! Ah! Scheiß in dich. Mann, mein KD ist minus 1 bei 0 Kills. Eine Eauberung habe ich. Okay. Wo seid ihr? Ich werde euch finden. Versteckt ihr euch von mir? So gruselig sehe ich auch nicht aus. Haha. Ach, ich bin Team Blau. Ich bin Team Blau. Jetzt sehe ich es erst. Okay. Dann muss ich natürlich auf Rot gehen. Also auf die Roten meine ich. Ihr wisst schon, die Roten muss ich dann abknallen. Mit dieser Typ da oben. Ihr seht den wahrscheinlich schon. Was ist das? Hä? Alter, ich bewunde hier die Landschaft. Lass mich in Ruhe. Ich habe dich gewarnt. Leg dich nicht mit mir an. Alter. Jawoll. Haha. Nein. Scheißen durch. Ja, wir sind gerade in der Mitte. Gut. Ich habe 100 GB frei. Wir können also eine Menge aufnehmen. Ich werde wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde oder so aufnehmen. Nein. Scheißdreck. Wo ist der Heavy? Ist der schon tot oder? Ach, der lebt noch. Der hat gerade jemanden dominiert. Ich habe ihn. Okay. Schwer tot zu kriegen. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Legt euch nicht mit mir an. Ich habe schwere Geschütze. Oh Gott. Was ist jetzt? Ach, wieder. Auch das Gute. Okay. Ach, nee. Es ist ein Rennen. Okay. Das ist witzig. Das ist ja fast so wie Mario Kart. Was muss ich da jetzt... Ach so, okay. Ach so, okay. Ich, ich, äh... Ah, wenn ich es gedrückt halte, okay, dann kriege ich so einen kleinen Boost. Und was ist jetzt los? Ich fliege. Oh nein, nicht aus der Map. Oh, sehr gut. Nein, ich will nicht aus der Map fliegen. Halt. Muss ich jetzt ein paar Leute ran oder ganz normal fahren? Oder beides? Ich verstehe es nicht ganz, aber gut, ich, äh, ich gebe mein Bestes. Ah, ich habe jemanden gerammt. Was machen die Enten eigentlich? Ah, okay. Ah, du hast mich nicht erwischt. Was ist das? Ich werde euch rammeln. Ich werde euch alle rammeln. Und aus der Map knallen. Verdammt. Leck. 4 FPS gerade. Okay, geht wieder. Oh, verdammt. Ich habe eine Bombe. Was? Was machen die Enten eigentlich? Ich check's nicht. Was muss ich genau machen? Ah, ich habe hier eine Bombe. Die muss ich wahrscheinlich wieder abgeben. Ich muss da irgendjemanden brammeln. Am besten ein Feind oder sowas. Ansonsten passiert irgendwas Schlechtes für mich. Und. Da, gleich habe ich einen. Gleich habe ich einen. Yeah. Habe ich sie jetzt abgegeben? Ich weiß es gar nicht. Okay. Uhu. Hey, wir führen. Das sieht so aus, als würden wir gewinnen. Ah, gerammt. Sehr gut. Oh, er wurde... Ich habe nicht gerammt. Ah, ich habe jemanden gekillt. Okay. Halt. Halt, stopp. Fahr ich in die richtige Richtung? Ich weiß nicht. Oder muss ich? Äh, ist es eigentlich egal, wo ich fahre. Ich glaube nicht, dass da irgendwas, äh, ich glaube nicht, dass ich so richtig Rennen fahren muss, sondern eher auf die Feinde losgehen muss. Und, gleich haben wir gewonnen. Wir brauchen noch einen Punkt. Okay. Ich war der zweitbeste in dieser Runde. Sehr gut. Und ich habe einen Achievement bekommen. Oder einen Achievement-Fortschritt. Mann, ich bin ziemlich gut. Obwohl ich die Map noch nie gespielt habe. Ein Natur-Talent. 3, 2, 1... Let's go. Ich hoffe, dass du deinen Releas-Bord schickst, Fools, indemnifizieren Marasmus in den Zeiten von deinen Todes. Weil sonst bin ich in viel Probleme. Marasmus hat zwei Streichs. Es sind bestimmt die ganzen Free-to-Play-Spiele jetzt drin, die Team Fortis 2 nur ein paar Mal spielen. Nur wegen dem Halloween-Event jetzt drin sind. So einer wie auch ich jetzt einer bin. Ja, ich spiele kaum Team Fortis 2 privat. Sondern eher Strategie-Spiele spiele ich in der ersten Zeit ziemlich häufig. Europa Universalis 4 zum Beispiel. Hä? Das Slashhammer auf Doom. Hätte mich fast erwischt. Ihr habt das so gesehen. Okay, was passiert, wenn ich da draufgehe? Okay, wenn ich da draufgehe, dann, äh, ja. Dann versucht er mich zu, äh, äh, zerquetschen. Ja, so ungefähr. Wo sind denn die Feinde? Da kommt einer. Nein! Scouts von hinten. Ich muss mich häufiger stumm starten, weil ich, ähm, ständig räuspern muss. Bei der Jahreszeit ist es gar nicht so unnormal. Das ist, ähm, halt ein biologisches Effekt, dass man irgendwie immer so räuspern muss, wenn die kalte Jahreszeit langsam kommt. Alter, bin ich zu blöd zum Zielen. Etzer. Nein! Jetzt ist er wütend auf mich. Ja. Ich bin Fettbester. Und ich bin gerade mal, wie lange drin? 15 Minuten circa. I'm not a spy. Doch, das sehe ich schon, dass du in spy bist. Das ist zu offensichtlich. So, hier ist... Kann ich Sprays benutzen? Jawoll! Ich kann Sprays benutzen. Nice. Alter, wo, 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 wo ist der, wo, wo, der schießt jemand auf mich. Alter! Ach, du bist es! Ich hab dich gefunden! Ja, 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 knall dich selber ab, genau. Oh Gott, ich hab nur sieben Helds. Nein, ich wollte ihn gerade von hinten rammen. Ach, verdammte Axt. Oh Gott, ich hab nur sieben Leben, das dauert nicht lange. Hey, ich hab jemanden erwischt. Ja, immerhin. Mit sieben Leben noch eingekillt. Hä? Was machen die denn da? Hä? Ist die ganze Welt jetzt etwa... Die ganze Welt ist unter Wasser gesetzt worden. Okay, ich kann leider nicht über Gebäude schwimmen oder fliegen. Okay, jetzt ist der Effekt weg. Oh, knapp, knapp. Alter, warum ging der Ansturm nicht noch länger? Dann hätte ich den jetzt mindestens erwischt. Alter, nein. Ihr werdet mich... Wo ist der Scout? Das ist unser Heavy, okay. Halt, 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 scheißen, dreck. Ja, ja. Ha, er hat sich selber gekillt. War lauter Panik. Ich geh erstmal drüber. Ra, la, la, la. Boom. Ah, das macht so eine kleine Erschütterung, diese Arme. Das kann man zu seinem Vorteil nutzen. Um die Feinde ein bisschen zu verwirren. Okay, ich hau ab, ich hau ab. Okay, ich bin tot. Blackbox. Oder war das die Blackbox? Ich glaube, ja. Okay, der ist auf unserer Seite. Bis jetzt habe ich noch gar keinen Spy gesehen. Ja, wir haben zwei, zwei. Spice? Was macht denn der mit der Ladung? Ah, ich habe den erwischt, oder? Habe ich den erwischt? Ich weiß es nicht mehr. Cool, das Let'schbett. Der Sledgebett, nein. Sledge, äh, Hammer. Bleib da. Du hast etwas, was mir gehört, nämlich die scheiß Ladung. Boah, ihr werdet jetzt alles von mir gefressen. Ah, scheißenrecht. Maske. Maxe. Maske. Maxe kontominiert mich. Inzwischen haben wir uns, ja, wir halten den vierten Platz. Wir werden, ähm, leider eingeholt von Dr. Orpheus. Ich hoffe jetzt auf ein Luck. Töpfer. Nein! Gott. Mann. Dispenser, please. Sonst bin ich tot. Ja, ja, diese Paios. Paios, äh, diese Paios, die haben keinen großen Skill. Man muss einfach nur geradeaus laufen und immer die Feuertasse gedrückt halten. Und schon macht man Kills. Das ist das leichteste in der Welt. So, jetzt. Nein, ich hab die falsche Waffe. Nein. Oh Gott, ich bin mit meinem Schwer total am falschen Platz jetzt. So, jetzt. Ah, scheiße. Ich sollte vielleicht nicht erst die Moment spielen hier. Bei so einer Phase. Denn, äh, ja. Dann Heavy zum Beispiel ist da deutlich im Vorteil. Denn der kann präziser zielen. Okay, ich nehm mal ein Heavy. Ne, Autoscooter. Bumpercard! So, ich versuch so... Ah, scheißenbrech. Ich versuch jetzt so Kreisbewegungen zu fahren. Denn so ist man, glaube ich, schwerer zu treffen. Oh Gott, der Ball of Doom. Okay, wenn ich die rechte Maustaste drücke, alles klar. Dann mach ich dir so ein... Ah, ja, okay. Ich muss also die rechte drücken, damit ich schneller werde. Den erwische ich jetzt. Komm schon! Was bringt denn der Ball eigentlich? Ist der nur so zum Spaß da? Ich glaub schon. Oh, da sind viele. Ist hier eigentlich Friendly Fire jetzt drin bei dem Autoscooter? Ich glaub schon, oder? Ich hab, glaub ich, vorhin einen... ...meiner Kollegen erwischt. Und der hat Damage bekommen. So, oh Gott. Der Gegner hat einen Punkt. Ach, der Ball, der hat doch eine Bedeutung. Ich seh, gerade da unten ist der Ball irgendwie... Ach, das ist so Fußball. Jetzt checke ich's. Okay, das ist so Fußball. Jetzt verstehe ich. Okay, wir müssen den Ball da reinbekommen. Verstehe. Das killende Feind ist also nur nebensächlich. Verstehe, verstehe. So, jetzt... Und... Oh, fast ein Tor. Ach, wir spielen bis 3, okay. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Ah, scheiße. Ich will nicht in die falsche Richtung schießen. Da kann man super träumen, glaub ich. Nein! Oh, 2-0. Ach, wir haben auch einen Show geschossen, okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Und schnell, schnell. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jawoll, sehr gut. 2-2. Ich glaube, ich kriege ein Achievement, wenn ich ein Tor schieße. Ich bin mir nicht sicher. Ich vermute es einfach mal. Und Achievements auf das bin ich immer scharf. Achievements sind gut. Oh Gott, der ist so spannend. 2-2-2. Jetzt kommt das Golden Goal. Der Ball ist momentan auf unserer Seite. Das ist schlecht. Ja, haut den Ball nach vorne. Haut ihn einfach weg. So, ich muss... Jetzt, jetzt, jetzt! Der war vor mir da, verdammte Axt. Ja, 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 ja. Jawoll! Nice! So, oh Gott, wir sind zurückgefallen auf den fünften, nee, sechsten Platz sogar. Okay, nicht so schlimm. Und es geht weiter, los! Oh, ich habe Power ausgerüstet. Habe ich Standardwaffen? Haben alle Standardwaffen? Das sieht so aus, als hätten alle Standardwaffen jetzt auf einmal. Tatsache, alle haben Standardwaffen. Witzig. Hau ab! Hau bloß ab, ja? Oh Gott, Heavy, ich will... Ja, hau ab, genau. Heavy, ja, du haust ab. Warte, scheißen, ich bin ein leichtes... Ich bin ein leichtes Ziel, weil ich so groß bin. Und so auffalle. Nein! Ach, wieder ein Pyro. Nee, das war kein Pyro dieses Mal. Na, wir sind wieder fötter. Einer hat wohl disconnected, oder wir haben einen überholt. Ich weiß es gar nicht. So, ich hoffe jetzt auf einen Lucky Power. So, passt auf, ich mache jetzt den Power. Nein, das ist der falsche Move. Nein, ich will nicht. Kommt schon, ich habe euch alle im Visier. Hau bloß ab, ja? Don't fuck with the Heavy. Don't fuck with the Russian. Oh Gott! Finde ich in der Webcam? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon, oder? Seht ihr mich? Ich glaube schon. Ich sehe mich leider nicht in der Webcam, weil ich im Spiel bin. Was? Der Pitiful Childman. Oh Gott, da ist ein Pyro oder sowas. Nee, ein Spy, glaube ich. Heavy, Heavy Battle. Epic Heavy Battles of... Nee, Epic Heavy Battles. So, halt da. Oh, hätte ja klappen können. Ich habe schon... meine Hände gezuckt gehabt, ne? Er hätte nur noch ausholen müssen. Okay, was nehme ich jetzt? Engineer. Engineer. Okay, jetzt sind wieder normale Waffen drin. Oder? Ja. Oder? Ich weiß gar nicht. Ja, der... Ja, genau. Das ist keine Standardwaffe. Ich habeo. Das ist keine Standardwaffe. So. Er hat schnell die Zentri platzieren. Hoffentlich kriege ich das hin. Ich gebe mein Bestes. Ach, die haben schon die Zentri, okay. Okay, okay, okay. Meine Zentri lebt noch. Und sie lebt immer noch. Jawoll, sie hat noch einen Kill gemacht. Okay. Okay. Gut. Sehr gut. Heh. Big Head. Das sieht witzig aus. Hmm. Bei großen Köpfen da ist es gut, wenn man als Sniper spielt. Dadurch ist die Chance leichter, einen Headshot zu erzielen. Hehe. Nein, meine Sentry. Ne, ist sie zerstört worden? Okay. Elimination. Okay. Wir müssen jetzt wieder auf die anderen losgehen. Hehe. Hehe. Was ist denn eigentlich in der Mitte? Ach. Ah. Jetzt. Okay. Wir müssen in die Mitte, wenn es blinkt. Okay. Okay. Gut. Ich habe mich schon gewundert, warum jetzt alle in die Mitte gehen. Ich dachte, da wird irgendwas gesprengt oder so in diesem Bereich. Aber anscheinend ist es genau das Gegenteil. Alles andere wird gesprengt bis auf die Mitte. Oh. Ich lebe wieder. Sehr gut. Nein. Ach. Jetzt muss ich hierhin gehen. Ach. Okay. Es ist nicht nur die Mitte anscheinend. Es sind auch andere Bereiche. Hey. Ich habe noch jemanden mitgenommen. Das ist der falsche Ort. So, jetzt. Huuu. Ich bin ein Geist. Ich will Besitz über dich ergreifen. Das macht Spaß. Huuu. Huuu. Das bringt gar nichts. Was muss ich da machen? Ich kann gar nichts mehr machen, glaube ich. Jetzt bin ich einfach nur der Spectator, glaube ich. Ich kann nichts mehr machen. Der Awesome Bob Monkey hat das Spiel verlassen. Ich. 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 Team Blau hat gewonnen. Oh nein. Und jetzt sterben alle. Also der Typ ist mir deutlich sympathischer als diese Frau. Die ständig einen Orgasmus bekommt, wenn sie eins sagt. Oh Gott. Überladung, überladung. Ah, nein. Gerade nicht. Okay. Oh Gott. Hau ab. Mann, jetzt habe ich gut gezielt gerade. Oder es waren meine Sentries. Könnte auch sein. So, Sentries zerstören. Sentries neu platzieren. Und zwar dort. So, jetzt wird sie gleich zerstört, glaube ich. Oder? Ja, sie hat noch ein bisschen Damage gemacht. Okay. Ah, ich habe kein Metall mehr. Ich kann keine Sentries mehr platzieren. Ich sammle ein bisschen was ein. Oh, das ist nicht viel. Ach, scheiß ein Dreck. Dieser blöde Kaktus. Ne, Kürbis. Die explodieren nämlich, wenn man auf sie schießt. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Klasse wieder. Äh, nehme ich mal... Moment, wie wechsle ich die Klasse? Hier. Nein, das ist das Team. Äh, Klasse wechseln. Nein, nicht Team, sondern hier. Ähm, ich nehme... Ich nehme wieder Demo. Mit Demo bin ich ziemlich gut. Hat man ja vorhin gesehen. Dann waren wir ruckzuck auf Platz 4. Jetzt sind wir runter auf Platz 5. Ich bin Team Rot, okay. Ich muss auf Blau losgehen. Gut zu wissen. Uh, da sind viele. Da sind viele. Aber warum treffe ich keinen? Das sind voll viele, aber ich treffe keinen. Ich bin voll schlecht. Ach, scheiße. Bumpercars. Oh Gott. Gleich schießen die jetzt für ein Tor, oder? Haut den Ball weg. Haut den Ball weg. Falsche Seite. Ihr sollt den wegbauen. Ja, so ist es gut. Immer weg mit dem Mr. Nein. Oh Gott. Weg. 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 Ihr schießt noch ein eigenes Tor. Warum habe ich jetzt so ein Bomber auf meinem Kopf? Jawohl. Jawohl. Komm schon. Jawohl. Sehr gut. Irgendwie gehen die alle nur auf den Ball. Da gibt es gar keine Taktik. Da gibt es doch niemanden, der sich um die Verteidigung kümmert oder sowas. Oder jemanden, der Torwart macht. Nein, alle gehen immer auf den Ball. Ist vielleicht auch besser so. Andererseits ist es natürlich keine große Herausforderung dann. Auf Zweck, die Scheiße. Jetzt akkomme ich mich auch selber den Ball. Habe ich den rein? Komm schon. Mann, jetzt habe ich immer noch ordentlich Damage gemacht. Ja, ich habe hier mit dem gekillt. Nice. Und schieße ich das Tor. Jawohl. Ich habe das Spiel entschieden. Oder habe ich das Spiel entschieden? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich schon. Jetzt kann ich nur ein eigenes Tor schießen. Okay. Gut, wir sind jetzt in einem neuen Spiel. Komm schon, das Weck sitzt extrem. Ich denke, ich bin hier reingegangen. Ah, jetzt geht es wieder. Okay. Da ist ein Blauer. Ich werde dich umbringen. Übrigens habe ich festgestellt, dass die Webcam nicht aufgenommen hat. Ich habe dann probiert, mit einer Webcam aufzunehmen. Aber es laggt so extrem, wenn ich aufnehme. Und deswegen nehme ich jetzt ohne Webcam auf. Vorhin habe ich erwähnt, dass ich mit Webcam aufnehme. Ich habe mich geirrt, weil ich habe da versehentlich ein Foto gemacht. Anstatt auf Aufnahme zu klicken. Aber ich glaube, selbst ohne Webcam müsste es auch ganz unterhaltsam sein. Diese bescheuerte Sentry. Ich habe die gar nicht gesehen. Wo waren die? Was für ein Mist. Versteckt sich da einfach da oben. Das ist mies, sowas. Ich nehme mal einen Sniper. Wir spielen so wenig als Sniper in diesem Let's Play. Haben wir überhaupt schon mal als Sniper gespielt? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall bin ich voll der schlechte Sniper. Gleich höre ich die Fläme in den Kommentaren. Ihr seht es, ihr seht es. Ja, ich bin so schlecht. Ah, ich bin froh, wenn ich immerhin niemanden erwische als Sniper, ja? Na komm, das wechsle ich sofort wieder. Sonst blomiere ich mich hier nur. Okay, das ist kein Scout, glaube ich. Er ist Spy. Warum sage ich immer Scout oder was anderes? Statt Spy. So, ich ziele auf den Heavy. Warum habe ich einen Spaten? Das ist uncool. Ich bin jetzt der kleine Mörder. Boah, wer auch immer die Sniper platziert hat, das ist gemein. Du bist gemein. Du solltest dich schämen, sowas zu tun. Ich mache das jetzt genauso. Oh Gott. Das sieht witzig aus. Ein FPS. Zwei FPS. Sechs FPS. Zwei FPS. Zwei Bilder pro Sekunde. Vier Bilder pro Sekunde. Fünf Bilder pro Sekunde. Wieder vier Bilder. Was für ein Mist. Cock, Cock, Cock. Er ist schwul. Er will einen Cock. Mann. Also so zu zocken ist echt eine Herausforderung. Mit zwei FPS, ja? Okay, jetzt geht es langsam wieder. Alter. Moment, ich versuche es zu fixen. Oder ich unterbreche mal schnell die Aufnahme im Moment. So, jetzt. Ah, schon viel besser. Schon viel, viel besser. 17 FPS. Ein Traum. Also 30 FPS ist ideal. 15 ist okay. Und alles unter 15 ist schlecht. Ich glaube, ich glaube, ich sollte den Hammer öfters aktivieren. Denn dann, äh, sehe ich mehr. Hey, meine Sinti steht ja immer noch. Habe ich gar nicht mehr gemerkt. Oh, sie hat Damage bekommen. Ja, Red Wins. So, möchte ich das hören. Merasmus. Okay, nochmal blamme ich mich nicht mehr. Ich weiß jetzt, was da zu tun ist. Wir müssen die ganzen Leute hier runterrammen. Und wenn da irgendwas blinkt, müssen wir das schnell, wie es geht, auch. Sonst endeten wir so. Oh, verdammt, der Arsch. Ah. Red Wins. Aber ich bin tot. Ich leb wieder. Nicht mehr lange. Und ich hab ein Schiff, Mance. Carnival of Carnage. Was auch immer. Ach, scheiße. Nein, 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 nein. Lass mich in das Ende platzieren, bitte. Na, super. Da steht sie nicht gut. Oder vielleicht doch. Hey, du, Soldier, ich stehe hier. Hey, da kriegt jemand Damage. Ich hätte nicht gedacht, dass das hinterher hier Wirkung zeigt. Oh, Zepa. Oh, Zepa. There is a spy over here. Ich wette, der hat jetzt auf mich abgesehen. Ja, ja, mach ruhig, was du willst. Du bist in meinem Team. Ich nehm das Teil nicht ein. Sonst bin ich Kanonfurter. Vielleicht sollte ich's doch einnehmen. Na, ah. Okay, ich wechsle Halloween-Geschenkessel. Gleich mal öffnen. Rucksack. Wollen wir das denn? Auf neu? Hier? Anwenden? Ja. Heute wird ausgepackt. Spannung baut sich auf. Und... Alles klar hier. Süßigkeiten. Dann so ein... Todesbotenumhang. Und ne geile Rüstung. Okay. Gut, dann rüsten wir den Hänig damit aus. So, hier. Dann... Was ist das hier? Nein. Vielleicht werde ich wahrscheinlich gekickt oder sowas. Oder vote kick. Ah, hier ist es. Okay. Gut, dann spielen wir mal als Heavy. Und zeigen den Leuten... Scheiße. Alles... Alle machen jetzt den großen... Angriff. Und wir sind tot. Weil ich meine Ausrüstung gewechselt habe. Seht her. Hier kommt der kleine Russe. Der kleine Russe macht sich platt. Fürchtet ihn. Den kleinen Russen. Aus Russland. Pff. Alter. Wer platziert da immer seine Sentry? Das nervt. Alter. Ich bin tot. Ja. Blackbox. Blackbox. Jetzt reicht's. Wenn du die Blackbox nicht schlagen kannst, dann nutze sie selbst. Ich fühl's immer so geil, wie der Heavy grinst. Wie so ein wahnsinniger Massenmörder. Oh Gott, das lag. Oh Mann, ich muss jetzt ständig pausieren, damit sich der Lag irgendwie fängt. Aber immer wenn ich jetzt neu starte, dann lagts weiterhin. Seitdem ich... Nachgeschaut habe, ob... Aber seitdem die Runde gewechselt wurde... Lagt es jetzt auf einmal. Entweder liegt es am Server. Wir wurden wahrscheinlich auf einen neuen Server ge... Das ist viel besser. Es lag wohl daran, dass meine... Ja, meine Webcam-Software noch offen war. Und die mich dann noch gezeigt hat. Obwohl das eigentlich unnötig war. Gut, aber es leckt immer noch ein bisschen. Was? Warum liegt es daran, dass es leckt? Oh, verdammte Axt. Na, komm her. Habe ich jemanden? Egal, jetzt ist es eh nicht mehr so wichtig. Muss man da so viele von diesen Dingern hier einsammeln oder was? Ich check's nicht. Ente! Ente, 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 Ent nicht am Arsch. Alter, das nervt, ich muss ständig stoppen, das... Ich muss meinen Fraps, glaube ich, mal konfigurieren, so richtig, optimal. Ich habe lange nicht mehr mit Fraps aufgenommen, das liegt daran, dass es jetzt wahrscheinlich leckt. Oder ich sollte mir vielleicht eine neue Version von Fraps... Flaps zulegen, ja. Hä, Fallschirm, das sieht lustig aus. Ich glaube, ich muss so viele Sachen einsammeln, ne? Ja, ich muss da irgendwas einsammeln, genau. So enden. Dann kriegen wir Punkte, und je mehr Punkte wir haben, desto... wahrscheinlicher ist es, dass wir gewinnen. Alter, ich bin so blöd, um Sachen einzusammeln. Ich war immer daneben. Ah, jetzt habe ich ein paar eingesammelt, okay. Jetzt fliege ich noch mit durch die halbe Map. Du, ist denn weg? Ente, 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 ente. Flieg ins Nichts, flieg ins... Flieg ins Nichts, oh, ich flug ins Nichts. Nein! Oh, fast wäre ich runtergefallen. Ich muss meinen Fraps mal richtig konfigurieren. Ich meine, 9 FPS ist nichts, ne? Ihr merkt es wahrscheinlich, wie es herumleckt. Moment. Okay, 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 okay. 17, 1 FPS, verdammte Axt. Ich glaube, ich mache hier an der Stelle Schluss, weil ich glaube, ich kriege den Lack jetzt nicht mehr so schnell weg. Ähm, ja, das war's. Das Halloween Special, jetzt geht es normal weiter mit Team Fortress 2, dem Let's Play, und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Also, macht's gut, euer Janka IP. Ciao.